Schönen guten Tag! In diesem Video geht es heute darum, wie man mehr Schaden aus seiner Klasse rausbekommt. Ich wurde von einigen Leuten gefragt, wie sie sich verbessern können, die sind nicht ganz zufrieden mit ihrem Schaden im Raid und das Ganze werden wir heute mal angehen. So, ich habe das Ganze in fünf Teile unterteilt, wir gehen das jetzt hier Schritt für Schritt durch und halten das auch ganz, ganz allgemein, also wir beginnen erst mal damit, dass man wirklich seine Klasse lernen sollte. Und da ist meiner Meinung nach auch erstmal wichtig, dass man sich alle Spells in Ruhe einmal durchliest. Was können die Spells? Was machen die Spells? Was lösen die vielleicht für einen Proc aus? Auf welchen Proc kann man die benutzen, dass sie dann zum Beispiel bei einem Caster zu einem Instant-Cast werden oder 100% mehr Schaden machen oder sonst was? Alles Mögliche durchlesen. Ich bin jetzt zwar Tank, aber das gilt ja, ist ja ein allgemeiner Guide für alle Klassen. Ja, so. Und neben den Fähigkeiten sollte man auch die Skillbäume mal durchlesen, ne? Weil viele Leute gehen einfach ins Internet, gucken sich einen Guide an, klicken dann wie wild alles runter und sagen, jo, Skillung fertig, gut ist und das war's dann. Aber man sollte das auch verstanden haben. Was genau steckt dahinter? So. Wenn ihr das gemacht habt und dann euch erstmal so eingerichtet habt, dass es euch ungefähr passt, dann sollte man sich Guides angucken. Ja, die Guides habe ich bewusst an die zweite Stelle gepackt, weil nur wenn man weiß, welche Fähigkeiten man besitzt, kann man natürlich auch diesen Guide so lesen, dass man ihn versteht. Ich habe hier drei Seiten. Das ist einmal auf der Seite Icy Veins, dann Warcraft Tavern und www.tbc.gg. So. Man muss je nach Klasse mal so ein bisschen sich auch mal vielleicht querlesen durch verschiedene Guides, weil nicht jeder Guide ist immer zu 100% der Perfekte, ne? Deswegen vertraut da eher auf mehrere Quellen, nicht nur blind auf eine. Klickt euch dann Ruhe durch. Und jetzt am Beispiel mal von Icy Veins. Hier ist erstmal so eine Einführung. Dann die Spells, die so ein bisschen genutzt werden und auch nochmal die Erklärung dahinter. Beim dritten kommen wir dann zu den Talenten, die man nutzt und in welchem Bereich, ob jetzt Single Target oder AOE oder sonstiges, welche Glyphen hiermit eingebaut werden sollen. Denn die Rotation, in welcher Rotation man am besten, die das das Ganze spielt, also welche Spells wann wichtig sind, damit man halt das Maximal an Schaden rausholt, auch die Prox nutzt und sowas. Dann ganz, ganz wichtig, die Stats. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch beim Gear. Man sollte gucken, wie muss ich mir mein Gear ausrüsten, damit ich am Ende weiß, was ich tragen muss. Also im Sinne von, dass man das Hit Cap erreicht, dass man die Bosse nicht mehr verfehlt jetzt hier als Magier. Dann die Spellpower ist wichtiger als Haste. Dann Crit, dann Spirit, dann Intelligenz. Intelligenz, Stamina und am Ende dann irgendwann mal MP5. Aber dass man da wirklich drauf hinarbeitet und nicht einfach irgendeinen Gear anzieht. Dann wird dann noch angezeigt, was hier für Enchants drin sind, also was man am besten verzaubern sollte. Dann wird hier auch noch das Gear angezeigt, das beste Gear Formrate oder auch in Phase 1, was man sich fahren kann. Und hier, wie gesagt, dieses Pre-Raid-Gear, wovon ich gerade gesprochen habe. So, das nächste auf der Liste sind Add-ons. Add-ons können euch das Spiel erleichtern und damit eure Effizienz und eure Stärke im Kampf wesentlich verbessern. Wir fangen erst mal an mit Spell Activision Overlay. Spell Activision Overlay zeigt euch für jede Klasse an, wenn ihr irgendwelche Progs habt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal bei mir. Ich klopfe einfach ein bisschen drauf rum, bis mal was progt. So, und jetzt seht ihr hier zwei Schilder leuchten. Das ist mein Prog für meinen Schildschlag. Ihr habt gesehen, der wurde auch so eingekreist. Es wird also direkt angezeigt, welchen Spell. Hier ist wieder der Prog. Hier, ihr seht das, dieses Kreisen, welchen Spell ihr dann nutzen sollt. Und das klappt mit jeder Klasse. Zum Beispiel auch beim Paladin. Der hat ja diesen Prog, dass er zum Beispiel Exorzismus direkt instant casten kann. Und das wird einem dann alles angezeigt. Das erleichtert einem Kampf, so ein bisschen die Augen im Zentrum des Bildschirms zu halten. Weil wenn man immer hier oben rechts in die Leiste gucken muss und hoffen muss, hoffentlich entgeht mir der Prog nicht. Egal bei welcher Klasse. Das ist einfach nicht so gut, weil ihr dann Movement eingeschränkt seid, wenn hier oben eure Augen kreisen, wenn ihr hier unten gerade was ausweichen müsst. So, das nächste Add-on auf der Liste ist Deadly Boss Mods. Deadly Boss Mods ist für mich wichtig. Also DBM, weil man da so ein bisschen vorangezeigt bekommt, was der Boss jetzt gleich macht. Und wenn jetzt der Boss zum Beispiel eine Fähigkeit castet, wo ihr quer durch den Raum rennen müsst, dann wäre es schlecht, wenn eure Cooldowns in der Zeit laufen. Deswegen holt euch Deadly Boss Mods, dann könnt ihr so ein bisschen damit arbeiten. Wenn ihr seht, ach guck mal, jetzt kommen 30 Sekunden, wo ich Volldamage fahren kann, dann Cooldowns zünden und abfahrt. Aber wenn er jetzt sagt, in 5 Sekunden kommt die und die Fähigkeit, dann musst du wegrennen. Wäre blöd, wenn man dann die Cooldowns am Laufen hat. Dann empfehle ich noch Get the Fuck Out. Get DTFO ist ein Add-on, das schreit euch an, wenn ihr irgendwie in Flächen drin steht. So könnt ihr euch dann weiter auf eure Damage-Rotation konzentrieren. Und wie gesagt, wenn ihr merkt, oh, ich stehe irgendwo drin, dann könnt ihr schnell einen Schritt zur Seite gehen. Das hält euch auch so ein bisschen den Kopf frei. Und zu guter Letzt habe ich noch das Add-on Weak Aura bei mir als Tank. Gut, ich habe jetzt hier nur meine Cooldowns groß angezeigt, wie lange die laufen und wann sie ablaufen. Also meine Death-Cooldowns. Aber da könnt ihr das auch super einstellen mit DPS-Cooldowns. Also wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, als Magier hier diesen Arcan-Zauber, dass man damit mehr Schaden macht oder sonstiges. Also solche, da gibt es ja diverse Spells in diversen Klassen oder die Wings beim Paladin. Das braucht man nicht unbedingt. Ist mir einfach eine schöne Visus-Hilfe, eine schöne Blick-Hilfe. Ist ja eine reine Geschmackssache. Der vierte Punkt auf der Liste sind die Warcraft-Logs. Warcraft-Logs ist ein Auswertetool von Kämpfen, die ihr gemacht habt. Also wenn ihr dann da unterwegs wart, sag ich mal jetzt zum Beispiel hier im Beispiel an Flickwerk, dort gegen diesen Boss gekämpft habt, dann könnt ihr euch nachher angucken, was jemand hier wie viel Schaden gemacht hat. Oftmals werden Warcraft-Logs geschrieben, gerade wenn ihr mit Randoms unterwegs seid, könnt ihr hier oben einfach mal euren Namen eingeben. Vielleicht wurde schon mal was gelockt von euch. Dann könnt ihr euch dann da selber betrachten, weil ich nehme mal jetzt hier als Beispiel den Hexenmeister. Da kann man sich angucken, wie oft welche Fähigkeit gecastet wurde, mit wie viel Schaden durchschnittlich, wie viel Prozent Crit und so weiter, wie viel. Auch die Uptime, ganz wichtig gleich, erkläre ich euch. Und vieles, vieles mehr. Und hier könnt ihr dann schauen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, also der erstmal zu diesem Warlock gesagt, der hat das super krank gespielt, der hat hammer viel Damage gemacht. Aber wenn man jetzt sich selber betrachten würde, würde das dann wahrscheinlich nicht so krass aussehen. Aber wenn man dann drauf gucken würde und sehen würde, zum Beispiel jetzt hier 84% des Kampfes war der Dot Agonie die ganze Zeit auf dem Gegner. Wenn da jetzt nur 20% stehen würde, würde man sehen, ach, guck mal, den muss ich, muss ich mich dran halten, der muss mehr laufen, der muss die ganze Zeit auf dem Gegner sein, also wesentlich mehr. Das hilft einem dann schon. So kann man so ein bisschen Fehlerquellen auslesen, die man, ja, sonst halt nicht sieht. Beispielsweise, wenn man jetzt, man kann dann hier oben auch vergleichen gehen und wenn man dann sagt, ich möchte hier zum Beispiel die beiden Hexenmeister mal miteinander vergleichen, dann könnt ihr euch mit anderen, die mit euch im Raid waren, vergleichen. Dann werden die beiden nebeneinander gelegt, ne, auch das Gear wird angezeigt, hm, welche Fähigkeit hat bei dem so viel Schaden gemacht, welche bei mir so viel. Und so kann man sich dann ganz einfach, ne, zum Beispiel, man sieht, hier ist ein Spell mehr als dort gelandet, ne, also warum das, welcher fehlte hier, welche, wie habe ich das gespielt und so weiter. Und so kann man sich dann mit anderen direkt vergleichen und wenn man sieht, ach, guck mal, das macht bei dem mehr Schaden, dann kann man das für sich übernehmen und mitnehmen. Und so muss man sich so ein bisschen reinlesen, ein bisschen rein, ja, studieren und so kann man dann weiter und weiter immer mehr aus sich rausholen. Befasst euch damit in Ruhe mit Warcraft Logs, das erschlägt euch erstmal das Tool, ist eine kostenlose Seite, könnt ihr euch ja erstmal durchklicken, macht das in Ruhe. So, und jetzt der letzte Punkt für mich, Bosse auswendig lernen und Consumables. Also, mit Bossen auswendig lernen meine ich zum Beispiel, wenn ihr jetzt wisst, ihr seid öfter mit eurer Gildi irgendwie im Raid unterwegs und ihr braucht für Flickwerk so 3 Minuten 40. Das heißt, ihr könnt einmal am Anfang die Cooldowns ziehen, die 3 Minuten Cooldown haben, ne, also eure Damage Cooldowns direkt am Anfang zusammen mit einem Pre-Pot rausknallen. Dann laufen die ja, nach 3 Minuten ist der Cooldown resettet, das heißt, ihr habt noch 40 Sekunden Kampf am Ende über, wo ja meistens am Ende auch Bloodlust gezogen wird in der Execute-Phase. Und wenn ihr es schafft, Bloodlust, also Kampfrausch, mit euren Cooldowns und einem Pot nochmal zusammen zu kombinieren in der Execute-Phase, dann macht ihr unfassbar viel Damage und so klettert ihr im Damage-Ranking hoch. Und das meine ich mit Bosse auswendig lernen. Schaut, wie lange die brauchen, wenn ihr nur für den Boss nur 2 Minuten braucht, dann solltet ihr vielleicht nicht direkt am Anfang ziehen, sondern dann zusammen, wenn bei euch Bloodlust gezogen wird oder wenn ihr in der Execute-Klasse seid, in der Execute-Phase, das müsst ihr dann für eure Klasse rausfinden, ja. Und natürlich Potion, Potion, Potion. Die ganzen Potts immer mitnehmen, ganz, ganz wichtig. So, ja, wenn ihr das gelernt habt und auch wisst, in welchen Phasen ihr bei Bossen mal keinen Schaden machen könnt, also dann ganz wichtig, nicht die Cooldowns zieht oder ähnliches. Dann seid ihr schon weit oben im Damage und solltet einer unter den besseren DPS-Lern in eurer Gilde sein. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch viel Erfolg, ich hoffe, das konnte dem einen oder anderen helfen und bis dann!